Ich habe jetzt öfter die Nachricht bekommen, ja, warum klaue ich einen Gildennamen? Also, klingt jetzt weird. Ja, wir haben die Gilde High auf Living Flame. Und ich habe jetzt öfter mal gelesen, wieso klaut ihr den Gildennamen? Das ist ein Privatserver-Gildenname. Den gab es schon in Classic 2018. Ganz bekannte Gilde. Erstmal, da das ein Gildenname mit zwei Buchstaben. Ja, diesen Gildennamen gibt es verdammt oft. Und den gibt es wahrscheinlich auch schon vor Classic 2019. Und es kann gut sein, dass es in Classic 2019 Leute gaben in der Gilde High, die vielleicht ein bisschen gut waren oder besser waren. Aber wollt ihr mal was wissen? Wenn diese Leute diese Gilde nicht vor 2009 geöffnet haben, dann habe tatsächlich ich eher ein Anrecht drauf. Mein alter Charakter. Ja, das ist der gute John Dorian. Den habe ich damals mal auf Terror da gespielt. Ja, das ist mein alter Charm. Einer von den Charms. Der sieht ein bisschen weird aus, weil keine Ahnung, was da passiert ist. Und schaut mal da. Sein Gildenname. In der Gilde High. Komisch. Gegründet 2009. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich diesen Gildenname seit 2009 benutze, glaube ich nicht, dass ich ihn irgendwo geklaut habe. Das wollte ich nur mal mitgeben. Weil ich es immer wieder lese. Warum klaust du einen Gildennamen? Muss man denn so peinlich sein, Gildennamen zu klauen? Hatte ich ein bisschen weird. Deswegen, ich habe die Gilde seit 2009. Das sind jetzt 15 Jahre. Und dementsprechend. Hi.